Hallihallo, beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Translation. Translation fällt unter den Bereich der Kinematik. Grupp beschreibt die Kinematik die Lehre von den Bewegungen der Körper. Nach Ballreich ist es die Beschreibung der Bewegung eines Punktes. Damit die Kugel also möglichst weit fliegt, muss sie sich sowohl nach oben als auch nach links translatorisch bewegen. Um die Bewegung der Kugel in eine der beiden Richtungen zu erfassen, bedienen wir uns Messtechniken. Und genau darum geht es in der Biomechanik, sportliche Bewegungen zu quantifizieren. Hier wären wir auch schon bei der wichtigsten kinematischen Grundgröße, der Zeit. Halleluja! Das Symbol für die Zeit ist T und die Einheit S. Aus der vorigen Tabelle wissen wir, dass Weg, Geschwindigkeit und Beschwindigung in Relation zur Zeit stehen. Schauen wir uns das Ganze an einem einfachen Beispiel an. Nehmen wir mal an, die rote Kurve stellt den Weg-Zeitverlauf eines Sprinters dar. Nach 10 Sekunden hat Usain Bolt die Strecke von 100 Metern zurückgelegt. Wenn es sich um eine gleichförmige Bewegung handelt, kann man davon ausgehen, dass Usain Bolt nach 5 Sekunden die Strecke von 50 Metern zurückgelegt hat. Wie sieht dazu das passende Geschwindigkeitszeitdiagramm aus? Wenn Usain Bolt also auf 100 Meter 10 Sekunden benötigt, beträgt seine Geschwindigkeit 10 Meter pro Sekunde. Merkt euch, bei gleichförmigen Bewegungen ist die Geschwindigkeit konstant. Und wenn die Geschwindigkeit konstant ist, welchen Verlauf hat dann wohl die Beschleunigung? Um dieser Frage nachzugehen, müssen wir erstmal klären, was sich hinter dem Begriff der Beschleunigung verbirgt. Die Beschleunigung ist nichts anderes als die Veränderung der Geschwindigkeit nach der Zeit. Nach exakt demselben Prinzip erhalten wir die Geschwindigkeit. Diese ist nichts anderes als die Veränderung des Weges nach der Zeit. Wir wissen, dass die Geschwindigkeit beim Profisprinter 10 Meter pro Sekunde beträgt. Angenommen, dieser Abstand auf der Zeitachse beträgt eine Sekunde. Das Steigungstreik für den roten Graphen könnte somit wie folgt aussehen. Die Steigung an der Stelle 5 entspricht genau dem Geschwindigkeitswert an der Stelle 5. Dieser Prozess, um aus der Wegstrecke die Geschwindigkeit zu erhalten, nennt sich Ableiten oder auch Differenzieren. Neben dem Differenzieren gibt es auch noch die Möglichkeit zu integrieren. Integrieren bedeutet nichts weiteres, als dass die Fläche unter diesem Graphen mit jedem Zeitschritt aufsummiert wird. Welchen Flächeninhalt hat wohl diese gelbe Fläche? Richtig, 10. Weil die Breite des Rechtecks der Dauer des Zeitschrittes entspricht, also einer Sekunde, und die Höhe des Rechtecks dem Geschwindigkeitswert entspricht, sprich 10 Meter. Und die Höhe mal die Breite, ist ja Flächeninhalt vom Rechteck, ergibt gleich 10. Addiert man den Flächeninhalt eines zweiten Rechtecks dazu, so erhält man einen neuen Funktionswert für die Weglänge nach 2 Sekunden. Da beide Rechtecke jeweils einen Flächeninhalt von 10 haben, ergibt die Summe 20. Wie schaut nun also unser Beschleunigungsgraph aus? Dieser hat an jeder Stelle den Funktionswert 0, weil zu keiner Zeit eine veränderung der Geschwindigkeit zu verzeichnen ist. Die Steigung an unserem Geschwindigkeitsgraphen ist gleich 0. Der Geschwindigkeitsgraph liegt zu jedem Zeitpunkt parallel zur x-Achse. Wie sehen nun folgende Geschwindigkeits- und Beschleunigungszeitverläufe für diesen Wegzeitverlauf aus? Unsere Geschwindigkeit ist negativ. Der Vektorpfeil zeigt somit in die andere Richtung. Was so viel bedeuten kann, wie dass wir rückwärts laufen. Nach wie vor ist keine Veränderung der Geschwindigkeit festzustellen, was so viel heißt wie, dass wir dieselbe Beschleunigung haben wie vorher. Gleich 0. Vorhin haben wir diesen linken Fall genauer unter die Lupe genommen. Die gleichförmige Bewegung. Aber was gibt es noch? Es gibt noch die gleichmäßig beschleunigte bzw. gleichmäßig verzögerte Bewegung. Gleichmäßig beschleunigt meint nichts weiteres, als dass die Beschleunigung ungleich 0 ist. Ist die Beschleunigung nun also konstant, so ist der Geschwindigkeitszeitverlauf linear. Summiert man nun die Flächeninhalte der Rechtecke, wird man feststellen, dass der Wegzeitverlauf quadratischen Ausmaßes ist. Erhöhen wir unsere Geschwindigkeit gleichmäßig, deutet dies auf eine konstante Beschleunigung hin. Diese Wegänderung pro Zeitschritt vergrößert sich, weil sich in jedem Zeitschritt auch die Geschwindigkeit erhöht. Liebe Kommilitonen, hoffentlich haben einige von euch die Inhalte jetzt besser verstanden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen.